gesperrt ja weil wir nicht stufe 3 sind achso wo steht das wir sind stufe 2 erstmal sammeln oder schon ja kollern zur sicherheit den einen den einen können wir auch wegballern 1 ist nicht mehr von den kleinen das gut wieder bei den klasse jetzt muss man sich die ganzen kombinationen ich raste aus alles klar macht man das auf gar nicht da steht es ja ein polizei kongreif und ralph piet nicht so das haben wir doch gerade gemacht ja irgendwie schon das sind die charaktere oh god das ist nun mal eine steuerung über 4 das haben wir hier jetzt neu das haben wir uns ja gerade gekauft so fertigkeiten das ist die karte erstmal haben wir nur den bezirk ich dachte hier wohnen ja dann mal ab nach haus durch die ganze stadt schwingen wir müssen zu ihm ja wo bist du bis zu nie wohnungen also es war doch nichts ja ja deine mom hat mich reingelassen ich habe meine sachen schon überall verteilt jetzt bin ich im park frische luft schnappen perfekt komm rüber zum amphitheater ich muss dir was zeigen ist das eine spinnensache bitte sag dass du ein stück von rhinos horn hast oder sowas die bilder von dem kampf waren echt richtig krass definitiv eine spinnensache definitiv besser als ein horn oh das klingt echt spannend klingt gleich da und andy ist auch gleich da oben macht r2 wahrscheinlich mhm r2 und dann x mit zu bringen echt die laufen dann schnell hoch ich habe in der luft vier gedrückt und drücke L und bdg in die richtung was in der luft vier gedrückt und irgendwo in die richtung machst du so lufttricks ja 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 klare das war schwer eigentlich ne das sollt lenken ja shut up ja shut up shut up ja shut up ja shut up ja 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 da ist ja der park toll rolle mach ich dann in verschiedene richtungen kannst du machen jetzt bist du sowieso da noch hättestes paket wird dann schau mal Weihnachtsgeschenk von spiderman mach's auf ein anzug ein anzug ein anzug bestimmt über die ganze stadt verteilt ziehn mal an ich gebe deckung zack 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 der controller vibrate gar weil ich mich zu schnell anziehen darf man sich im central park nicht mehr umziehen ok wie sehe ich aus gleich viel besser ja wow das habe zu sehr ach du schock malz morales glückwunsch und willkommen in deinem allerersten super anzug hehehe soll ich x rücken du hast ja x anzüge können im anzüge menü ok komm wieder her wenn du halt drei anzüge freischaltest sagst du oder was ok statt aufwärts findest du teil 2 dieses super geschenks machen wir gehen mal auf anzüge mit dem linken ist der nicht schon mal gucke die beiden haben wir erst der ist auf dem cover der ne oder welcher ist das ich glaube auf jeden fall ein schwarzer mit einer schwarzen stelle aber ich finde den normalen spider-man outfit am besten immer das hier hier das ist dieser das ist dieser comic da macht er auch so diese wie im film die bewegung ich bin eher so der klassische spider-man fan so toby maguire der anfang andrew garfield aber so sieht das doch aus ja mit knieschuhen ja das halt ich mag eigentlich den ganz gerne von peter parker also den neuesten der von iron man der anzug es gibt zwei visiermodifikationen oder links wo die 1 steht kannst du da nicht hin das ist erst die hälfte des geschenks was ist die andere sag ich dir wenn ich sie finde aus 4 hier und dann in er in 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 Die ist noch nicht lange Spider-Frau. Was sind deine Probleme? Ja, warte nicht, wo ich hin will. Du musst dir mal da die Kamera hinhalten. Ich will nur geradeaus und er macht nicht geradeaus. Guck, er macht immer zurück. Dann geh doch die 900 Meter zu Fuß. Aber laufen. Erstmal kurz rumgucken. Wird ja wohl möglich sein. Guck. Ey Spider-Man! Ey, lass mich mal. Warum? Ja, du machst ja immer nur kurz R2. Ne, ich drück das die ganze Zeit. Ja, und jetzt X und dann weiter. Wenn er an der höchsten Stelle ist, abspringen mit X. Ach so. Und dann geht's weiter. Ja. Dann wieder R2. Das weiß ich ja nicht. Komm, ey. Jetzt hast du's raus, ne? Und wenn du jetzt X rückst, kannst du ja genau das machen. Meint ihr, wie es abgeht, wenn Andy ihren ersten Kampf hat? Das wird nix. Hier bin ich richtig. Pete hat ja so einiges vorbereitet. Was stand da? Ich kann's nicht lesen. Ich kann's nicht lesen. Wo muss ich hin? Ja, da zum Computer. Hier. Zu dem. Ne, da. Oh ja. E3. Habe ich ja schon gedrückt, weil ich's gesehen habe. Aber war ist nix passiert. Kampftraining. Freu dich auf deine erste holographische Trainingseinheit. Solche Einheiten sind in der ganzen Stadt verteilt. Andy muss auch mal üben. Bei dieser geht es um akrobatische Improvisation. Nimm deine Startposition ein. Holotraining? Oh, ich bin bereit. Zuerst Luftkampf. Den Gegner, deine Bedingungen zu bekämpfen, ist ein großer Vorteil. Ich hab nicht zu viel R2 drücken, weil irgendwann bist du dann weg vom Kampf. Ich hab nicht R2 gedrückt. Ja. Oh, oh. Ich muss wieder da hinstellen. Und dann wieder lang unten. X zum Sprengen. Viereck. Diese Holo-Techno-Lumpy ist top. Vielleicht könnte ich eine tragbare Version austüfteln. Und dann weißt du dann auch, wenn dieser Kopf da rum wird. Ist der kaputt? Ne. Der ist kaputt. Und wieder runter. Drei gedrückt. Zum Beispiel. Der ist noch da. Okay, ja. Der Hammer. Ein Hoch auf Peter Pack. Jetzt kombinieren wir die Moves. Oh, was? Drei gedrückt. Drei gedrückt. Drei gedrückt. Mal. L1 über Knut. L1, 4 EGX. L1 ist hier. Ok, ich hab's doch. L1, 4 EGX. Ist dieser was Feuer freigeschaltet? Ja und jetzt muss ich die Luft... Jetzt anreifen. Und jetzt wird noch mehr. Achtung. Ich freine auf mehr an. Oh ja. Oh ja. Da muss auch mal Kamera drehen werden. Heißen. Ich glaube das ist super. So und jetzt hat eigentlich keinen Bock mehr. Oh mein Gott. Da kommt ich da. Heißen. Hallo? Heißen. Das ist Wiss, das ist offizielle Spider-Man Technik. Und ihr seid keine Vertreißpartner. Ich dachte so geht man auf den Weg. Find ich schon. Ich glaube da ist noch einer. Was? So viel für Andi. Hallo. Oh jetzt, weiter. Warum kann ich das nicht? Geil. Hä, warum sind die denn jetzt noch da? Das ist doch scheiße. Ja? Okay. Dann los. Das war nicht. Schaltet die Spinner aus, dann schnappt euch das Zeug. Das wird uns ein Vermögen einkriegen. Das ist Wiss, das ist offizielle Spider-Man Technik. Und ihr seid keine Vertragspartner. Ja. Hallo, ich will den doch schleudern. Ich drücke Dreieck, damit ich den hab, ne? Ja, den kannst du nicht schleudern. Ich bin nur die, die gegenfohlen hier L1 plus R einsteig, die kannst du schleudern. Ja. Schaltet die Spinner aus, dann schnappt euch das Zeug. Das wird uns ein Vermögen einbringen. Das ist Wiss, das ist offizielle Spider-Man Technik. Und ihr seid keine Vertragspartner. Ja. 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 Ja, geht's nicht gut, ne? Pfff. Oh nein, das wollte ich nicht. Das meinte ich. Ich bin nur noch so weg. Ja, toll, da war er ja keiner. ich mache jetzt mal schon am anfang und ihr seid keine vertragspartner nie verprügelt das war keine sticheleih, das war ein volltreffer aber wie kriegst du die hin? spiderman punch noch wer? ja ja voll gegen die stemmen geballert maximale wellen das war's für die technikdiebe und jetzt zur trainingssimulation wie war ich? ich setz das bios zurück das war's schon und beim nächsten Jahr heißes hochreichen das muss ich mir ansehen wenn ich Zeit habe können wir weiterhin trainieren und Punkte zu sammeln wahrscheinlich abgeschlossen dann hemmbar was neues wir haben 3 Fähigkeitspunkte jetzt können wir hier den machen was macht der? erhöht die Menge an biologische Kraft ganz normal außen ja damit lädst du dich glaube ich schneller auf weißt du? achso im vorbeigehen sah so aus als wollte da jemand einbrechen ah ja ich seh mir das an hey ich will mehr über deine neuen Spinnenkräfte hören ich glaub es ist deine bioelektrische Entladung oder überladene statische Elektrizität oh die brauchen nen Namen ok wie wärs mit Venomkraft? klingt das nicht irgendwie cool? ja ok nicht schlecht ich mach mich erst zu kraft dann ab dann ab denk dran Venomkraft glaub mir das ist super unnötig mach doch so schon du kriegst aber auch Punkte ach ok das war in anderen Spielen auch schon so ne? ne das gab es noch nicht das war hey Freunde danke für die weiterempfehlung des Podcasts hier sind in den Scharts von 136 auf 87 gestiegen wirklich wow ok ok weiter im Text heute übertrage ich live aus der langen Schlange für meinen Einbürgerungs-Test ich beantworte Felsestechnik Nummer 1 woher kommst du Danica? Ich komme aus Fuzhou in China, als ich Sex war. Hallo, ich bin Simon Krieger und wir stehen hier neben einem Nuform-Reaktor. Nach seiner Aktivierung wird er genug Energie erzeugen, um ganz Harlem zu versorgen. Sie denken jetzt sicher. Simon, wie ist das möglich? Hat das Opfer hier bei einer neuen Apple-Phone-Iphone-Präsentation drin? Nur ein Kanister dieser revolutionären Energiequelle reicht aus, um Harlem mit sauberem, sicherem Strom zu versorgen. Für die nächsten 500 Jahre. Ich glaube, das ist selber nicht. Bald werden wir Reaktoren überall in Manhattan eröffnen. Und dann auf der ganzen Welt. Unser ganzer Planet. Angetrieben von NuFo. Roxxon Power. Wir geben Power. Roxxon Power. Power by North. Was war das? Da. Aber was? Am Ende werden wir verklagt. Scheiße. Schock-Slamm. Ja, richtig. Wer sind die Pfeifen denn? Ja, baut sich erstmal eine Waffe. Oh Gott. Jetzt los. Ich wollte gerade sagen, den Controller angegeben und sag, zeig mir, was du nochmal kannst, aber da haben wir schon gekämpft. Finisher. Ist das ein Finisher? Nee, hast du abgebrochen, glaube ich. Gibt's denn den? L1 und 4, Venom-Schlag. Ja, hab ich gerade gemacht. Ist gleich voll. Okay. Finisher. Oh Gott. Wo ist hier noch einer? Da. Da wird doch mehr auf dem Dach. Du schaffst das nicht. Nee. Warum auch. Zack. Zack. Wir sind tot. Bäh, man. Von hinten. Auf das Gesicht getreten. Und Pfeifen. Ich rass da auf. Aggression, Aggression. Da oben dann, da hoch. Das ist lieber besser aus dem Radio rauszutragen. Da hab ich den Schlachtraum gemacht. Sie sagt wohl hinter Lou vorm Heer. Krass, da holt noch einer. Das Zeug in dem Reaktor? Es ist noch nicht eingebaut. Sie reden über Lieferung. Wie nimmt das? Keiner. Hey, ich hab die Einkäufe für deine Mom erledigt. Aber sie fragt dich wo du bleibst. Das ist der Kassi. Wisch, okay, ich bring das zu Ende. Danke, Mann. Sie wollen das zerstören. Glaub ich. Äh, sonst würden sie auf mich schießen. Die schießen doch mal auf dich. Und sagen, du bist tot. Ja. Ja. Ich treffe gar nichts. Bleib schon an der Wand. Gut schon, dass das der Alarm los ist. Und hoch. Das ist eh nicht im Radius. Weg da. Bäm. 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 Wie viele noch? Ja, voll selbst abgeschossen. Weg da. Bäm. Raus, raus. Ach, verdammt. Krass. Nutz den Venom-Schlag für den. Oder Finisher für den. Die mit der fetten Rüstung. Der tut da für die Fettung. Ist nur noch der, ne? Ja. Ist er tot? Nein. So wütend bin ich. Aufgestanden und zerstört. Noch einer? Ach. Der ist noch nicht tot. Oder bewusst nicht. So, jetzt. So, jetzt. Hau ab, lieber. Untersuche das Büro. Wenn ich das gleiche finde, wie sie, weiß ich, wo sie zuschlagen. Oh Mann. Da. Wo lang? Nach da. Arschloch. Was macht ihr hier? Oh je. Jetzt sind wir da frei. Ich wusste es. Jetzt geh erstmal nach Hause, mein Junge. Oh, das ist wo wir sind. Ah. Ja, wir müssen sogar nach Hause. Weißt du? Mhm. Ich muss nach Hause. Jetzt zum Losspringen erstmal X drücken oder R2 gleich. X drücken, ein bisschen warten, dann R2. Jetzt. Und schon bist du da. Ja, 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 ja. Nein, nein, nein. Muss ich da runter? Ja. Muss ich ja nur umziehen.